Bis vor kurzem noch führte Alexander Esswein, dann kam er, Anthony Uccia, von Mainz inzwischen ausgeliehen an den 1. FC Köln. Uccia hat aktuell den härtesten Bums der Liga, führt vor Esswein und Oliver Sorg vom SC Freiburg. Wir ziehen weiter. In dieser Woche steht Station Nummer 4 auf dem Programm. Auf geht's zur Spielvereinigung Gräuter Fürth. Nicht gerade die Torfabrik der Liga. Magere zwei Türchen hat der Aufsteiger bislang erzielt. Kein Wunder, bei so wenig Power. Wir kommen in der 30er-Zone. Herr Fürstner. Wir verlassen den Schritttempo-Bereich und widmen uns den Besten. Denn drei Vierter haben dann doch einen ordentlichen Bums rausgelassen. So wie Illy Asemi. Der Stürmer schafft es auf Platz 3 mit 118,9 kmh. Auf Rang 2 lasse Sobich die Leihgabe vom BVB. Beim bislang einzigen Sieg der Vierter in Mainz. Für die letzten Sekunden eingewechselt bringt es der Innenverteidiger auf 119,3 kmh. Sieger im Fürth. Serkan Sarrarea. Bislang noch ohne ein Tor in der Bundesliga. Dabei war er schon so nah dran. Wir erinnern uns, der hat einen richtigen Bums, der Sarrarea. Bei unserem Test messen wir für ihn 120,9 kmh. Damit verfehlt der beste Vierter die Top 3 nur hauchdünn. Sarrarea, Sobich und Asemi liegen auf den Rängen 4, 5 und 6. An der Spitze thront weiter Anthony Uccia. Der Stürmer inzwischen von Mainz nach Köln ausgeliehen. Er zielte seinen ersten Treffer für den FC. Allerdings nicht mit dem Fuß, sondern per Kopf. Einen Führungswechsel gibt es in dieser Woche im Team-Ranking. Die beste Vierter-Elf kommt im Schnitt auf 114,5 kmh. Neuer Spitzenwert. So oder so ähnlich sehen also die neuen Ballermänner der Liga aus. Herzlichen Glückwunsch, Kreuter Fürth.